hallo herzlich willkommen und schön dass ihr wieder mit uns unterwegs seid heute präsentieren wir euch ein Rheinhaus im Nordrhein-Stadtteil Blanke und da gehen wir auch mal direkt rein starten hier im Flurbereich und auf der linken Seite folgt zunächst einmal das Gäste-WC dann auf der gegenüberliegenden Seite haben wir dann hier einmal die Küche und die ist so groß dass hier auch noch ein Esstisch hin kann in die Ecke und der Ausblick geht hier nach vorne raus dann machen wir hier weiter mit dem Wohnbereich und vom Wohnbereich können wir dann auch mal direkt durchlaufen in den Wintergarten hier kann man dann auch noch mal wenn man möchte einen separaten großen Esstisch aufstellen wenn wir hier geradeaus durchgehen kommen wir nach hinten aufs Grundstück dort ist auch ein PKW Stellplatz vorhanden kurze Orientierungshilfe für später hier ist ein Kellerabgang den Aufgang sehen wir dann gleich noch wenn wir im Keller sind wir gehen aber hier zunächst einmal zurück wieder auf den Flur und gehen dann zunächst einmal nach oben dann hier auf der linken Seite ein großes Schlafzimmer dann haben wir hier ein großes Badezimmer ganz früher war das in diesen Häusern so dass hier noch ein separates Schlafzimmer untergebracht war aber jetzt haben wir richtig schön viel Platz mit Dusche und Wanne in dem ehemaligen Bad haben wir jetzt einen Abstellraum untergebracht gegebenenfalls könnte man hier auch noch eine Waschmaschine anschließen die steht aber jetzt im Keller oben haben wir dann hier einen ausgebauten Raum und auf der gegenüberliegenden Seite und wir gehen jetzt mal runter in den Keller so unten angekommen machen wir auch hier einen Rundgang wir sind jetzt hier auf einem kleinen Flurbereich und zur rechten Seite haben wir hier den Heizungsraum hier ist richtig viel Platz drin sodass man natürlich auch noch diverse Sacken abstellen kann und wenn wir geradeaus durchgehen haben wir einen weiteren großen Raum hier eben dann auch mit der Außentreppe so und das war unser Rundgang hier durch dieses Rheinhaus im Nordhümer Stadtteil Blanke wir bedanken uns dass ihr wieder mit uns unterwegs wart wünschen euch alles Gute bis zum nächsten Mal euer Immobilienteam der Grabschafter Volksbank so wichtige geradeaus ho ko 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 so